hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge blerwitch ja wir hängen immer noch hier im haus fest und ich weiß einfach nicht wie wir hier weiter vorankommen ok ok wir haben den weg gefunden willst du mich verarschen mein schatten ist hier schön du vermeidet alter wichser shit just calm down ey du ekliges ich weiß dass ich so heiße mann 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 ey freize psychohaus hier alter ich hab so langsam echt kein bock mehr scheiße jetzt schon wieder so ein baumhäni allen palmer ey keith forst sylvester boys roscoe hayward ok ok was soll das ey ganz ehrlich dieses haus das macht mich wahnsinnig das macht mich wahnsinnig du vermeidet alter ich will nicht mehr ich will hier raus du vermeidet alter missgeburt du vermeidet alter missgeburt du ant ihr die du aber du n aber z Hä? Böge! 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 Schade! Hilfe? Was ist falsch mit diesem Haus? Ey, wer bist du, Alice? Dein Vater, der dir gleich in den Arsch treten wird! Ey! Ey, ich... Ich bin wundet für dich. Geh weg! Geh weg! Alter, ich muss dem jetzt so folgen? Ernsthaft? Geh weg! Ey! Du vermaleteiltes! Fuck my head! Hey! Oh, mein Gott! Ey! Nein, dieses Spiel! Ey! Und dann immer wieder aufs Handy umschalten. Oh mein Gott. Okay, die Ecke. Okay. Okay. Nein. Nein. Wir drehen uns nicht um. Denn das wäre noch zu schön, um wahr zu sein. Aber wir müssen jetzt leider Gottes. Okay. Okay. Hm. Keine Ahnung, was das gerade war. Wir haben es geschafft, uns nicht umzudrehen. Da lang oder da lang? Wir gehen da lang. Okay. 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 Okay.